So Leute, Willkommen auf Baller Casino. Wir sind auf Casino Club The Doghouse Mega Vase. So, testen wir mal das Ding und schauen mal, was das Ding bringt. 80 Cent. Ja, warum nicht? Warum nicht gleich den Bonus? So, Musik mal ein bisschen runter. So, schauen wir mal. Der Sach geht los. Okay. Okay. Er könnte ruhig mal Bonus getten. Okay. Nehmen wir mit. Okay. 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 Schade, leider kein Multi drin. Schade, leider kein Multi drin. Mucke ist ja auch zu geil. Also für alle Hunde Liebhaber ist das hier was. Also für alle Hunde Liebhaber ist das hier was. Also für alle Hunde Liebhaber ist das hier was. So, Bonus können wir kommen. Das wäre nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute, wir brauchen Bonus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, zweimal Bonus. Schade. Das war's. Das war's für heute. Das waren schon wieder 100 Spins, wir gehen auf 70 runter. Das war's für heute. Bonus scheint schwer zu sein, so lange wie das dauert schon wieder. Wird wohl im Bonus auch zahlen können. Das war's für heute. Das war's für heute. Und die Hunde gehen ab hier. Wir benötigen einen Bonus. Ein Bonusspiel. Dreimal Bonus. Jetzt wollen wir sehen, wie das Feature hier ist bei Megaways. 6.20 Uhr, herrlich. Besser geht nicht. 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 Hm. Ja, frisst runter. Er frisst runter. Und ein bisschen von Hand drehen. Nicht schlecht, aber wir wollen das Bonus Feature sehen. Das ist das Wichtige. Rück raus mit dem Bonus. Das ist das Wichtige. Rück raus dem Bonus Junge. Zweimal ist zu wenig. Du musst schon dreimal geben. Junge, kann man das Ding auch pushen? Ganz ehrlich. Okay. 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 Schade. Wieder zweimal Bonus. Junge, cool den Bonus aus, sag ich dir. Zwinge mich nicht noch Freispiele zu kaufen, ganz ehrlich. Zwinge mich. Zwinge mich. Zwinge mich. Bin zu wenig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ach, einmal den Bonus ansehen, komm Naja, gibt immer zweimal Bonus, das findet er gut Dieser kleine Sack Jetzt lässt er mich schön pushen, ganz ehrlich Bist du richtig? Ach komm, das ist ja wie vorhin hier, Legacy of Death Dennoch auch nicht gefressen Nicht richtig gezahlt, gar nichts Komm Du kannst ja wenigstens einmal einen Bonus rauspacken hier Er frisst mich wieder runter, Leute Genau das, was ich nicht wollte Ja, super, danke, 21 Euro Ja, ist schön Bonus und dann mal richtig auspacken Mal auf 80 Cent aufmachen Oh Scheiße No Oh Leute es gibt es doch gar nicht doch wie ich hier drehe und drücke das ding jetzt hier die ganze zeit schon wieso was soll ein bonus kommen auch wenn er nicht viel zahlt aber wenigstens mal testen das ding die heftig die Oh, wie er das einfach runterfrisst. Krass. Das ist echt heftig, wie er das einfach frisst, ja super, danke, 20 Euro wieder hier, schön. Bonus soll es zu geben, boah, Leute, ich werde jetzt keine 80 Euro ausgeben für Freespins, nein, werde ich nicht tun. Heftig. Ach, das gibt es doch gar nicht, Leute. Okay. 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 Hmmm. Hmmmmmm... Will er nicht oder kann er nicht? Will er nicht oder kann er nicht? Ist das hier überhaupt möglich, Freispiele zu bekommen oder Bonus-Games, sag mal? Dass er so hart... ... 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 Junge! Geht dann hier auf den Sack, die Mucke? Wahnsinn! Hallo, ey, der gibt ja gar nix! So runtergefressen? Das ist ja echt heftig. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, das Spiel zu ballern, aber im Augenblick ballert das Spiel eher mich. Oh Gott. Schlecht. Schlecht. 500 Euro schon. Jetzt müssen wir mal 300 Euro zahlen, damit er es wieder zurückbringt, was er hier rausgesaugt hat. Ganz ehrlich, das würde er nicht tun. Boah. Wahnsinn. Ich will jetzt aber auch nicht aufhören. Ich möchte eigentlich immer mal ein Bonus-Feature sehen. Das ist echt heftig. Puschen. Ah, ist das Spiel wieder? 20 Euro hier wieder? Ja. Super. Ist toll. Besser als nix, aber... ... ... ... ... ... Geyer. Geyer. Absolut. Geyer. Geyer. Na wir machen wieder Muckern, was willst du machen? Krass! Krass! Junge! Um Gottes Willen! Mein Gott! Ganz ehrlich Leute ey! Haftende Weils 7 Freispiele, herabregnende Weils 15. Ja ich nehme 7, scheißegal. Komm, 20 Euro jetzt und tschüss, das wars. Ja, geil! Ja, komm, da muss noch was kommen. Sind nur noch 3 Spiele. Mit deinen scheiß 30 Euro hier brauchst du mir nicht abzocken hier. Du hast hier fast 200 Euro gefressen. Oder über 200 gefressen. Komm, mach weiter, komm. Hau mal einen raus jetzt hier. Das ist doch scheiße. 100 Euro oder was? Oh Gott! Oh Gott! 84 Euro! Oh Gott! Das ist ja gar nix! 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 Ohhhh! Das ist ja gar nix! Man kennt es! Wahnsinn! So leute! das war's The Doghouse Megawase ja war nicht so geil, aber Erfahrung gesammelt, alles gut ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit dann bis zum nächsten Mal Leute